ja und damit sie kommt zumal wieder diesmal kann ich mal wieder sagen einer runde bedrohers um aufgomme nicht kommen das habe ich oft und die wenden seit irgendwas ich weiß nicht ob man es hört aber mir geht es nicht ganz so gut aber es ist ja jetzt nicht so wichtig wollte ich nur gerade ansprechen ja ich werde es gleich versuchen boah als ob ich jetzt nichts kriege und die bauen einfach nie mit leute weg da danke hilft scheinbar wenn ich da so dagegen kloppe ne eisen ist erst auf der nähe ich hasse es wenn eisen mal auf der nächsten insel ist es ist nicht schön so 1,2,3,4,7 blöcke das 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 so ja aber bleib ruhig stehen oder hab ich wieder ein leck ich hab wieder minecraft äh den ganzen weg wenn ihr rechts jetzt auf guckt dann steht da immer noch 99 minuten und 2 sekunden dankeschön alter der lecker hat jetzt 12 sekunden gedauert wollte ziemlich verarschen und jetzt war ich lauter dauern zurück oder wie es ist einfach nicht normal und die bauen immer noch nicht weiter ich glaube es nicht ja ja mit welchem was mit welchem bin ich denn schon wieder hin warum hat mit was habe ich das verdient ernsthaft ups und das wieso bin ich nicht gesprungen die lehrte jetzt kann man die wieder oh leute kabel die die ganze zeit auf dem scheiß darum 4 3 7 perfekt mal runter da bitte danke jetzt werde ich mal runter gefallen ok man ist mein schwert rüstung so und jetzt ist es meins das 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 viele oder falle ich nämlich noch runter so wie ich mich kenne falle ich da auf jeden fall noch runter wenn es so weiter geht das bett ist schon zugebaut das ist super so dann kann ich auch mal in die mitte so habe ich genug blöcke jetzt schauen wir dass wir kills kriegen auch grün kommt ob steht hinter dir läuft bei mir kombon weggekombot dankeschön erstmal raggen die musik ist jetzt fast zu lowly komm komm laufender tr hd fuck wieso habe ich jetzt einen bogen abgekommen lauuuff oh mir ist jetzt nichts eingefallen was ich zu laufen sagen hätte können schade und ich habe sieben kann man schönen bogen holt wunderschön bogen gut dass wieder so schön leckt und die kiste auch gleich nicht da ist gold rein weil ich habe keine lust damit zu sterben ganz einfach ein bisschen was zu essen so wunderschön ruckelt überhaupt noch mal leid leute aber ich wollte mir echt mal wieder neue musik holen um ehrlich zu sein richtig schlecht von mir und dann auch fast runterfallen tschüss all runter was ist mit dir falsch ja tschüss so von den ländern kommt da jetzt keiner mehr in die mitte fach ist eigentlich so richtig schlecht von mir was ich da mache aber egal komm mal so schön ausgelöst und dann das nicht gut das war es mit unserem netten spitz hat das ist es tut gott sei dank gott sei dank man hier gibt es auch keine rettungsplattform oder so dann bin ich in die mitte jetzt hat der bogen wunden danke dass du da jetzt reingerannt bist weil ich hast du egoistische und egoistische leute die sich immer alles wechschnacken ich bin selber nicht weniger egoistisch da was das anwählen der spitzer geld ich noch gern wir wollen wir sagen wieder nichts und blöcke dann kann ich wieder abbauen so wunderschön wunderschön ich habe zwei kommen ich habe noch ein bisschen wieder rüstung nochmal so ein bisschen leder rüstung und dann können wir auch schon wieder weg okay ich hoffe dass ich mitte kurzzeitig verteidigen kann der wird von gelb auch tschuldigung leute wir sind rot ich bin doch so dumm oh man scheiße auch schön wenigstens bronzen so wunderschön dann schauen wir nicht ausgelöstet nice würde ich sagen läuft auf jeden fall so ganz schön so sieht man den nicht ganz ich habe ich gar nicht mal so schlecht geht okay so einfach richtig dumm was ich ihm jetzt steht ja da drauf ich glaube ich meine gar nicht mal so viel jetzt müssen wieder ausschalten ich weiß zwar sowieso nicht warum ich mir so eine grundausstattung wohl aber ist eigentlich nicht selten dämlich selber man jetzt rennt er dauernd aufs eisen ich glaube es nicht das ist jetzt meins du hast es jetzt nicht gerade bekommen oder so weißt ich habe gar nicht jetzt mich am arsch tolles team diese echt tolles team tschüss die wollten noch schlagen wo ich hasse solche runden wettbewerbs hochheit wird bei der runtergeöpft ist natürlich super gewesen gut dass sie hat zwei katze an mir nichts gibt es wunderschön so was liebe ich ernsthaft ich liebe solche runden mann um kill ihn n 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 Im n n n n n man gebe doch etwas laufen 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 schön 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 da ist gerade irgendwas geflogen keine ahnung warum ich jetzt gratis nein das ist mein eisen danke oh mein gott oh mein gott danke 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 leute danke und dann noch schön sieben schön da habe ich die anderen echt in die ja okay in die flucht habe ich jetzt nicht gerade geschlagen aber wunderschön jetzt bin ich mal wieder drin jetzt habe ich es geschafft ich folge laut schon ewigkeiten ich hab den grad gekillt muss das mal hinkriegen was als ob als das ist nicht im ernst passiert wieder das ist jetzt das mache ich eigentlich die ganze zeit da komme ich an oder geile bett abbauen und dann weg bin ich wieder das ist nicht wahr ich muss ein besser kombon 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 ich habe keine ja 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 blöcke hallo hier hallo du da leute was soll das denn noch kommen leckt mich doch am anscheinend ich bin schon mal bei denen oder bei denen ist das normale man kann auch so sagen so reicht das ich glaube schon nicht gut ist doch recht so und ein bisschen was von dem heran dranken man weiß das ist eine bestimmte leute das ist eine der beschissensten runden nicht mal nicht jemals hatte und ich werde die trotzdem bringen einfach weil ich kein bock hat sich millionen mal das ist nämlich ekelhaft als youtuber du kannst aber nicht jede runde bringen doch die runde bringe ich einfach nur deswegen weil ich so oft gefällt bin habe ich bin habe nur deswegen werde ich wenn ich gleich nie sind Oh, fuck. Fuck it! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Nein! Nein! Ich bin doch schon wieder weg! Du scheiße, Alter! Ach du scheiße! Fuck, Alter! Oh, fuck! Fuck! Ich bin doch schon wieder weg! Peace, Leute! Peace! Das war zwar eine richtig lange Runde, ich werde die eventuell ein bisschen zuschneiden, aber sie war geil! Heftig! Ja, richtig! Heftig! Geh, ich schreibe falsch! Heftig! Schreibt mir das so! Ne, ich glaube nicht, egal! Alter, nice, Leute! Ich würde sagen, wenn euch die Runde gefallen hat, mir hat sich sehr gut gefallen! Lasst den Positivierten da! Und ich würde sagen, Leute, hau da rein! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020